Hallo, mein Name ist Sebastian Schmidt und ich möchte Ihnen den Flipped Classroom erklären. Kennen Sie das nicht auch? Man erklärt etwas im Unterricht oder entwickelt etwas im Lehrer-Schüler-Gespräch, aber nur ein Bruchteil der Klasse bekommt auch wirklich etwas mit. Viele haben auf Durchzug geschalten oder es reden immer nur ein paar wenige für alle. Also erklärt man es noch einmal, entwickelt etwas noch einmal und am Ende der Stunde bleibt einem wieder viel zu wenig Zeit. Gleichzeitig sind natürlich die frustriert, die schon längst kapiert haben, um was es geht. Am Nachmittag sitzen die Schüler dann vor ihren Hausaufgaben und wissen einfach schnell nicht weiter. Aber dank WhatsApp sind die Hausaufgaben ja nur ein paar Klicks weit entfernt. Hausaufgabe abschreiben war noch nie so einfach. Der Flipped Classroom dreht den traditionellen Unterricht wortwörtlich um. Der Lehrer verwandelt das, was er den Schülern Minimum beibringen muss, in ein Lernvideo. Beim Anschauen werden die Schüler am besten selbst aktiv, zum Beispiel durch ein zusätzlich zur Verfügung gestelltes Quiz. Der große Vorteil bei den Lernvideos, der Schüler kann sich entscheiden, wann er das Video anschauen will, wo er das anschauen will und wie oft er es sich anschauen will. Der Lehrer kann zurückgespult werden, pausiert werden und der Lehrer ist immer freundlich. Diese Lernvideos befreien den Lehrer aus seiner zentralen Rolle und können den Unterricht somit 45 Minuten lang schülerzentriert öffnen. In zahlreichen Übungs- und Sozialformen setzen sich diese dann vertieft mit einer Thematik auseinander. Dabei gibt es zahlreiche Helfer im Klassenzimmer, eben nicht nur den Lehrer. Auch Schüler können schwächeren Schülern helfen. Der Lehrer hat jetzt nun mehr Zeit, sich intensiv mit seinen Schülern auseinanderzusetzen und kann sich bei Bedarf auch länger um Einzelne kümmern. Die Schüler lernen so auch, selbst Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Es gibt verschiedene Formen des Flip Classroom, zum Beispiel den In-Class-Flip. Man setzt ein Video ganz einfach im Unterricht ein, dann wenn ein Schüler einen Input nötig hat. Oder half-flipped. Das heißt, die Erklärphase oder das Lehrer-Schüler-Gespräch finden völlig analog im Unterricht statt. Nur die Abschreibphase bzw. die Nachbereitungsphase wird mittels Lernvideo auf den Nachmittag verlegt. Der ganz normale Flip Classroom, das so wie man ihn kennt, das bedeutet, der Input wird vollständig auf die Hausaufgabe verlegt. Entweder bereiten sich die Schüler mithilfe eines Lernvideos auf den Unterricht vor oder die Schüler bearbeiten etwas selbstständig im Unterricht und bekommen dann zum Beispiel ein Verbesserungsvideo mit einem Lernvideo auf die nachfolgende Hausaufgabe verlegt. Wenn der Lehrer ganzheitlich nach dem Konzept Flip Classroom unterrichtet, entsteht so im Laufe des Jahres ein sogenanntes digitales Klassenzimmer. Aller notwendiger fachlicher Input ist jederzeit verfügbar und somit auch für den Schüler wiederholbar. Das entlastet zum einen den Lehrer, aber auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis und das Lehrer-Eltern-Verhältnis. Flip Classroom, ein innovatives Konzept, das den Unterricht effizienter, aber auch kommunikativer macht. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann besuchen Sie mich doch auf meinen Social Media Kanälen oder klicken Sie auf eine dieser Infokarten, die rechts oben am Bildramp da Ihnen erscheinen. Mein Tipp, probieren Sie es einfach aus. Erstellen Sie ein Lernvideo und versuchen Sie es im Unterricht einzusetzen. Sie werden es nicht bereuen. Flip Classroom, sei du selbst die Veränderung.